Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Planet Crafter. So, ähm... Wir werden heute... einen Teleporter im Krater aufstellen. Das ist wichtig. Wenn wir schon da sind, wollen wir uns gleich Algen. Weil das machen die guten Dronen eh nicht. So, Teleporter im Krater. So, weil da will ich einige... Später mal. Weiß ich nicht vielleicht, aber ich würde gern was vorbereiten dort. Viel später. So. Ah, sehr gut. So, wir haben ein paar... Algen. Bam. Wasser kommt hier rein. Das ist gut. So, Oberschina ist voll. Super. Oberschina ist voll. Super. So, Bakterien. Ist da überhaupt noch Platz? Ja, da ist noch Platz. So, hier haben wir Plastik. Für Plastik benötigen wir... Oh, alles gut. So, Oberschina. Ich will da nochmal draufklicken, damit das weg... Ach, das geht jetzt nicht weg. Oh, jei, jei, jei. So. Oberschina können wir gleich verzehren. Wir brauchen für einen Teleporter ihn hier. Dreimal Pulsar-Quarz. So. Da haben wir... Nein, hier. Eins, zwei, drei. Wobei, ich würde mir gerne... Welche herstellen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber gerade überlegt, ob wir noch ein Stäbchen machen. So, Uran und Iridium. Fünf Stück. Bam. Methan. Methan, Methan. Schauen wir mal, ob man es kann. So, Methan. Yeah. Nö. Ich meine, wir haben einen Methankasten. Schau doch in den Kasten. Ja. Okay. So, hier. Methan. Es ist dunkel. So. So, die räumen wir mal weg. Wohl, ich sage Quarz. Wir brauchen mit ein, zwei, drei. Für einen Teleporter. Dann brauchen wir ein Osmium. Ein super Stäbchen. So. Ein Osmium. War das jetzt ein Osmium oder ein Osmium-Stab? Ein Osmium. Und ein Zeolit. Das nehmen wir mit. So. Sind die alle im Moment? Ja, ja. Alles gut. So. Sind die alle im Moment aktiv? Nö, die meisten nicht. So. Dann auf in den Crutter. Dann haben wir dort nämlich einen kleinen Teleporter. Und dann können wir den Krater erweitern. Ich glaube, da haben wir ja auch dieses eine Fischteil. Ups. Ja, und ich habe mir auch überlegt, ob wir da noch einen dazustellen. Und auch beim Zeolit vielleicht noch einen. Boah, andererseits. Hm. Brauchen wir das? Man weiß es nicht. So. Herrlich. Ah, der Krater. So, und gleich sind wir da. Mal kurz hier rein. Mal checken. Ah, da sind normale Materialien. Nehmen wir die gleich mit. Nö. Da sind keine normalen Materialien. Ich würde tatsächlich die Teile hier mitnehmen. So. Und da unten kommt der Teleporter hin. Da schauen wir mal, was wir hier für Fischeier generieren. Ui jo. Die kannten wir noch nicht. So. Dann machen wir mal den hier. Moment. Ah, wohl. So. Und einen noch hierher. Ah, jetzt könnten wir das... Oh, da fehlt ein Eisen wieder. Wir stellen ihn einfach mal hierher und werden ihn später einfach umbauen. So. Krater. Krater. So. Nö. Doch. Base. So. Wir brauchen Eisen. Falsche Kastenseite. Eisen. Bam. Nehmen wir alles mal mit. So. Krater. Ach, super Bommel. Einmal. Wie viel brauchen wir jetzt dafür? Zwei. Ah. Inventar ist voll, super. Da. Inventar ist voll, super. Super. Da schreiben wir jetzt Krater. Krater. Wir können schon noch Fundamente hier bauen. Ja. Notwendig ist es nicht. Aber allein zur Ergänzung machen wir das, oder? Reicht aber einer, oder? So. Wenn wir den da drunter stellen. Das machen wir jetzt auch nur. Der Vollständigkeit halber. Ja, so. Da ist der Stützpfeiler, der muss reichen. So. Ein Ommel? Nö. So. Da sind wir. Wir brauchen dahinter ein Fenster. Unbedingt. Ja, so ist es gut. So. Hier ein riesiges Lager. Drüber im oberen Stock. Dazu brauchen wir hier eine Leiter. So. Im oberen Stock kommt dann die Forschungsanlage und so weiter drauf. So. Sehr gut. Kästen. Wir brauchen viele Kästen. Und wir brauchen... Moment. Schmeißen wir mal hier die Sachen, die wir da haben, einfach so in Kästen. Okay, passt. Einfach mal wieder reinwerfen. Alles, was da ist. Äh, Base. Wunderbar. Oh, wie da alles wächst und gedeiht. Ich finde es so super. So. Ja. So, Oberschiene war voll. Genau. So. Was wir brauchen... Ich nehme das mal raus. Ich hätte gerne... den da. Okay. Zwei Iridium-Stäbchen. Eins, zwei. Zwei Super-Stäbchen. Nehmen wir das mal mit. Die machen wir uns schnell. So. Super-Stäbchen eins. Super-Stäbchen zwei. Yeah. So. Den Rest können wir da reingeben. So. Und sechs Stück Ösmyrn. Nehmen wir das mal raus. Machen wir hier zwei Stäbchen. Eins, zwei. So. Die packen wir da rein. Und haben sechs Stück Ösmyrn. Das heißt, wir können da zwei solche Extrakter bauen. Und zwar die ganz normalen. Was ja sehr gut ist. So. Ich wollte zum Teleporter. Oh je. So. So. Crudder. So, dann bauen wir uns davon zwei. Und zwar würde ich die da herstellen. So. Und den zweiten gleich daneben. So. Bam. So. Strom haben wir noch immer genug. Hafen, Eisen. Alles toll. Alles toll. So. Und da kommt unsere Produktions-, Forschungs- und so weiter Materialanlage her. Das wird schön. Hoffe ich. So. Die drei noch. Dann bauen wir da noch einen Kasten dazu. Kasten, Kasten, Kasten. Sehr gut. So. Das kommt da rein. So. Und wir brauchen einfach mehr Eisen. Haben wir in der Base? Ich glaube, da haben wir kein Eisen mehr. So. Base, Eisen. Nö. Alles mitgenommen. Da ist noch zwei Stück drin. So. Die da. Lassen wir die stehen oder reißen wir ab. Es sind immerhin drei Stück. Also gar nicht so schlecht. So. So. Was ich dort nämlich machen will, ist ebenfalls eine, ob die Thronen fliegen. So. Krater. Dankeschön. So. Dann Kasten hier in die Wand. Ja. Wir werden den von der Seite hier planen. Und zwar der hier. Und einer noch. So. Da haben wir einen leichten. Nö. Das passt super. Wenn er reingeht, stoßt man sich hier auch nicht den Kopf. So. Da haben wir. Bam. 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 Yeah. Wir haben hier Eisen. Eisen. Ja, genau. Mhm. So. Und Titan. 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 Und Titan. So. So. Das hat jetzt den. Wir haben hier Nachfrage nach Eisen. Bam. Wir haben hier Nachfrage nach Eisen. Bam. Jawohl. Hier haben wir Nachfrage nach Titan. und Nachfrage nach Titan. Yeah. So. Jetzt gehen wir da runter zu diesen beiden. Ja. Und trinken zuerst mal einen Schluck. Oder zwei. So. Angebot. Eisen. haben wir das jetzt alles. Nö. Da fehlt ja noch was. Probeid. Aber jetzt passt's. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Genau. Und hier haben wir auch. Angebot. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Müsst passen. Was ist da drin? Ich nehm das alles raus. So. Vielleicht bauen wir einfach noch einen dritten hin. So. Da hätten wir ein Eisen. Mhm. Ich pack das da alles mal rein. Ich überlege nämlich. Bei der Base. Ähm. Ach wie schön. Dass wir die da auch abbauen. so. Oh die Drohne. Die Drohne fast überholt. So. Und Kratta. Kratta. Ich pack da mal. Ach komm. Wir stellen den draußen auf. Und gut ist. So. Da kommt jetzt der dritte her. Okay. Dann müssen wir zuerst das da ablegen. Damit wir den bauen können. Da ist er. Wunderbar. So. Und der hat als Angebot. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sehr schön. Da fliegen schon Drohnen. Da fliegen schon Drohnen. Durch den Berg. So. Zur Not können wir da natürlich auch noch eine. Drohnenstation aufstellen. So. Das könnte man tatsächlich auch machen. Was kostet eine Drohnenstation? Wow. Machen wir hier eine Drohnenstation. Hm. So. Zuerst mal das wieder rein. Ins Inventar. Dann haben wir hier. So. Dann holen wir uns hier auch eine Drohnenstation. Oh. Da brauchen wir Leiterplatten und so weiter. So. Drohnenstation. Drei Leiterplatten. Mal kurz schauen. Nö. So. Leiterplatten hier. Oh. Verdammt. Da bräuchten wir Eisen. Ja. Höfen Eisen. Okay. Dann mal rüber. Die Aluproduktion ist halt auch eine Frage. Brauchen wir die noch? Ah. Wie schön das hier ist. Die sind ja besonders hübsch hier. So. Brauchen wir die noch? Diese Alustätte hier? Ja. Wobei mich stört es ja eher nicht. So. Wir machen mal den hier und den hier. So. Den und den. Den und den. Und reißen mal ab. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich eine Drohnenstationenkrater brauchen, wenn wir da eh so viele Drohnen auch haben. Bin ich mir nicht sicher. Da stehen eh so viele rum. Komm, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nö. So. Dann gehen wir mal rüber. Ab in die Kurata-Station. So. Dann haben wir Alkirsten. So. Titan. 1, 2, 3, und hier. Super. So. Wenn ich jetzt hier einmal rüber tue. Das hat hier Titan. Machen wir hier Silizium. Silizium. Und Silizium. Ja. So. Hier. Nachfrage. Nach Silizium. Bam. Hier. Nachfrage. Nach Silizium. Bam. Super. Super. So. Nach Silizium kommt Magnesium. Jawohl. So. Nachfrage nach Magnesium. Bam. Endausbaustufe soll sein, dass wir hier, Nachfrage nach Magnesium, dass wir hier unsere Fabriksproduktions-Sachen-Dings haben und zu Hause das gar nicht mehr brauchen. Da können wir uns dann ums Kochen und so weiter kümmern. So. Wir nehmen da mal nach so. Alu haben wir noch nicht. Silizium, Magnesium. Da hat Kobalt fehlt auch noch. Da hätten wir noch Eisen noch für einen Kasten. Machen wir den gleich. So. So. Und ich halte mir da mal drauf. Kobalt. Kobalt. Und. Nein. Kobalt. Kobalt. So. Nachfrage. Nach Kobalt. Bam. Nachfrage. Nach. Kobalt. Bam. So. Magnesium haben wir schon gemacht. So. Wir packen das mal da rein. Wobei wir können das alles rausnehmen. Und da in diese... Stehen wir noch im vierten her, oder? Wenn wir schon sagen... Das soll automatisch verteilt werden. Ja, wir könnten auch sagen, hier gibt es Angebot von allem, aber... Nö. So. Da haben wir noch das. Bam. So. Und ich würde sagen, die anderen Produktionsanlagen stellen wir da auch gleich her. Ah, super. Hallo Drohne. So. Wir brauchen mehr Eisen, ist klar. Moment. Da kommt da. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, und jetzt holen wir die restlichen Extraktoren von zuhause. So, es sind noch zwei. Die werden wir auch abholen. Bam. So. Dann haben wir bei ihm hier. Dann stellen wir mal einen im Krater auf. So, Krater. So, dann stellen wir da gleich daneben. Die Frage ist, wohin stellen wir ihn? Na, wir brauchen natürlich... Das müssen wir wieder rausnehmen. Droppen. So. Jetzt geht's. Die Frage ist, kann man den überhaupt da daneben stellen? Nö, weil wegen Wasser. Hm. Hm. Okay. Dann eher hier. Geht der da her. Ja, der passt da super her. Angebot 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt das so? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, stimmt so. So, und irgendwo habe ich mein Dingens verloren. So. So. Wir haben ja inzwischen... Oh, wir haben ja für alle schon den Kasten. Ach, super. Nehmen wir das Eisen gleich mal raus. Und machen wir hier gleich nochmal Kasten. Ich möchte nämlich für jede Ressource einen Kasten hier haben. Äh, zwei Kästen. Natürlich. Natürlich. So. Da fehlt mir dann noch einer. So. Kobalt haben wir durch. Dann haben wir Aluminium. Und Aluminium. So. Bedarf. An. Da ist es. Aluminium. Bam. Und Bedarf an. Aluminium. Bam. Super. Dann können wir das da reinwursten. So. Sehr schön. Jetzt holen wir den dritten ab. Den dritten, äh, den letzten Extractor. Back to the base. Die schöne Extractor-Übersiedlung. Sehr gut. Warum auch nicht. So. Trinken. Was brauchen wir denn noch? Ressourcen, Materialien. Ja, 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 ja. Ab in den Gratern mit uns. Super. So, dann stellen wir hier noch einen her. Dazu müssen wir das Geländer hier mal kurz ersäubern. So, schön viele Superbommel auch gleich. Das ist gut. So. Dann haben wir Ineer. Den können wir da an die Rückseite stellen. Das wäre vielleicht auch lustig. Da geht's noch nicht. Da, da wird's schon gehen. So. Angebot. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Ach so. Irgendwas dabei. So, haben wir gleich ein bisschen mehr Eisen auch. So, für die Kästen. Bam. Bam. So. Nach Alu kommt Superbommel. Ist das gut, wenn man da herstellen? Ich bin mir da nicht sicher. Superbommel, Superbommel, Superbommel. Ich bin gerade am überlegen, wie wir da das Lager am besten ausnutzen. Würde ich sagen, einmal durchlaufen. Eine Kastenbreite, also circa hier. Das kann ruhig eng sein. Stört ja nicht. So, kann man hier noch durch ohne Platzangst? Wahrscheinlich. So. Dann der nächste hierher. So, haben wir noch Platz? Nein. Dann kommt Eisen auch wieder hier. Mal gleich noch mehr Eisen. So. Die zwei werden zu Superbommel. Hier, Super. Super. So. Nachfrage nach Superbommel. Superbommel. Yeah. Und Nachfrage nach Superbommel. Ja. 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 Hallo, Superbommel. Da haben wir gar keine Ressourcen mehr. So, dann brauchen wir auf der Rückseite natürlich auch wieder die Kästen. So, da haben wir den. Und, ja. Der ist mal ziemlich allein. Den werden wir auflösen und bauen hier einen zweiten dazu. So. Hast du das hier? Ja, die stehen auf der... Oder? Ja. Ident. Ident. So, Superbommel haben wir jetzt da hinten. Das ist gut. Und dann haben wir hier... Moment. Die können raus. Wir haben hier Bedarf. Nachfrage an Sauerstoff. Yeah. Nachfrage an Stickstoff. Yeah. Nachfrage an Methan. Yeah. Methan. Schickstoff. Mhm. So. Und hier Sauerstoff. Ich weiß, jetzt haben wir für die Sachen nur je einen Kasten. Aber das müssen wir verkraften. So. Wenn wir dann mehr Erz haben. Also mehr Eisen. Die behalten wir uns. So. Umgebaut haben wir jetzt von unserer Base. Sind die weg? Dann wollen wir hier noch die Fischeier. Danke. So. Die da würde ich gerne mitnehmen. Oh komm, wir nehmen alle mit. Ab zur Base. Okay. Und jetzt schauen wir gleich rein. Was wir mit den Fischeiern machen können. Also wie die aussehen. Die Fische, weil sie andere Fische sind. Ich glaube, wir sind einen zu hoch gegangen. So hoch wollte ich nicht. So. Da stehen die Aquarien. Jawohl. So. Wenn wir den jetzt rausnehmen und den dafür reingeben. Oh. Cool. Die Kraterfische. Fisch. So. Und was haben wir denn zu viel? Da ist C. B. und A. Komm, wir lassen das so. Und den R... Nein, wir lassen das nicht so. Das sieht die gleichen. Okay. So. Ryan. Ist voll mit Rinder. So, das gehen wir runter in den Schredder. Der Schredder. So. Froschgebatel. So. Weil ich jetzt am überlegen bin. Drüben. Ja, bei der Base würde ich echt gerne weitermachen. So. Wir haben hier Nachfrage. Eisen. Das soll auch bitte automatisiert sein. Hier. Nachfrage. Eisen. Danke. Hier. Nachfrage. Titan. Nachfrage. Silizium. Nachfrage. Magnesium. Kobalt. Nachfrage. Kobalt. Aluminium. Nachfrage. Aluminium. Nachfrage. Hast. Zeolit. Ist richtig. Osmium. Ist richtig. Uran. Ist richtig. Iridium. Ist richtig. Sehr gut. Schwefel. Haben wir da auch gleich ein Ding. Oh. Das darf ich nicht wegnehmen. Hier wegen der Produktion. Dann haben wir hier Schwefel. Bedarf. Ja. Und hier. Nachfrage. Machen wir einfach eine. Oh. Den warten wir noch. Den warten wir noch. So. Poissar passt. Hier haben wir noch nichts drinnen. Das ist auch gut. Aluminium. Aluminium. Graber. Ich bin natürlich jetzt am überlegen, ob wir auch unser Aluminium umbauen, ausbauen. Weil wir haben hier jetzt unsere Produktion für normale Ressourcen. Da ist noch nichts, noch nichts, noch nichts. Oh. Ein Methan. Guck an. So. Aluminium. Packen wir da in irgendein Ding. Die Drohnen sollen das sortieren. So. Sehr gut. So. Weil dann können wir nämlich hier gleich noch einen herstellen. So. Zwei Hammer. Es fehlt ein bisschen Eisen noch. Ah. Das geht sich nicht ganz aus. Macht aber nichts. So. Da kommt natürlich noch einer her. Rücken an Rücken. So. So. Dann haben wir hier einen schönen Durchgang. Breit genug. Durchgang breit genug. Super. Ups. So. Super. Super. Hier hätten wir Iridium. So. Wir haben auch Bedarf. An Iridium. Hier. Yeah. Dann haben wir hier Iridium. Iridium. Eine Nachfrage an Iridium. Eine Nachfrage an Iridium. Und Uran. Und Nachfrage. Uran. Und Uran. Und Uran. Und Nachfrage. Uran. Yeah. So. Dann fehlt noch Zeolit. Das ist nämlich ein Hit. Und so weiter. So. Und ich würde ehrlich gesagt. Die Extraktoren. Beim Alu. Auch ändern. Und dann. Base. Schauen wir mal. Das kommt weg. Wie viel Strom haben wir über? 5000. Das geht. So. Wir brauchen drei Extraktoren. Genau solche. Also. Sechs Iridium Stäbchen. Yeah. Ich bin gerade überlegen. So. Sechs Iridium Stäbchen. Zwei. Drei Super Stäbchen. Wow. Und neun Özmir. Bin gerade mal überlegen. Warum da so wenig Iridium drinnen ist. Bei Uran. Ah. Wir haben zu wenig Iridium Produktion. Jetzt fehlt es mir auf. Na gut. Ist das schön. Da gehören dazwischen auch noch mehr Blumen. Gepflanzt hier. Zum Beispiel die leere Fläche. Ist das schön. Mit den roten Schmetterlingen und so weiter. Oh. Schön. Schön. So. Genau. Weil hier haben wir drei Extraktoren. Die wir theoretisch auch gleich abreißen können. Bei Blauchen werden wir die hier. Bam. Oh. Sehr schön. So. Wir brauchen das hier. Ja. So. Und dann bauen wir noch einen dritten daneben. Sehr gut. Kommt da was? Nö. raus mit Zeug. Weg mit Zeug. So. Rein mit Zeug. So. Wir haben Angebot. Wir haben Angebot. Nämlich. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Jawohl. So. Wir haben Angebot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. So. Und hier haben wir ein Angebot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Hm. 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 so wunderbar herrlich jetzt haben wir die auch gleich umgebaut das ist gut so und da haben wir so eine Reservehalle das stört auch nicht so Aluminum Kobalt ist voll Magnesium ist voll super, gehen wir da rein dann freuen wir uns irgendwann mal Silizium das könntest du alles abreißen ja, könnte ich so dann schauen wir kurz mal auf die Uhr noch ach ja ich muss noch hier die Blumenwiese, die müssen wir noch das machen wir in der nächsten Folge wir haben es ja schon schön erweitert aber das muss man natürlich noch noch mehr noch weiter, noch größer so Uridium bam dann haben wir hier ein bisschen machen wir wieder ein Stäbchen draus, oder? oh, besser ist das so ist noch immer sehr sehr voll so Titan ist da Magnesium ist da Kobalt ist da passt so push the button wir schauen mal schön nein, nicht hierher so Insekten sind wir bald oh, wir haben schon 40 meine meine lieben so ich würde auch sagen wir bauen noch zwei Extraktoren ja, klingt jetzt ganz fies aber so dazu brauchen wir sechs Stäbchen vier Stäbchen nichts übertreiben so zweimal Superstäbchen und sechs Ausmähungen Super so dann bauen wir die beim Krater noch Krater danke bauen wir die beim Krater unten noch dazu jetzt haben wir zwei dann stehen die jeweils im Rücken zu Rücken finde ich auch gut so und der nächste hier schön angehängt so Angebot haben wir den 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 sehr schön ist das so ja und hier Angebot den 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 super toll aber wie viele Drohnen so das können wir jetzt wieder anlegen und jetzt schauen wir mal Uran ist nichts drin Uran aha schon langsam kommt hier Uran Iridium ja okay Iridium haben wir ein bisschen ein bisschen Mangel so zwei Eisen in Stickstoff ja Methan ja Sauerstoff noch nicht okay so wird noch kommen wird noch die Drohnen da da ach schön schön es soll einst eine Creatorbase werden so meine Lieben das war's für die heutige Folge ich bedanke mich fürs dabei sein wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bis dann tschüss